In der Offenbarung steht im Kapitel 13, Vers 16 bis 18, Zitat Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, allesamt, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, das niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666, Zitat Ende. Eine der bekanntesten mystischen Zahlen ist das biblische Zeichen des Tieres 666. Das Tier macht, laut Bibel, dass sich alle ein Mahlzeichen geben, ohne welches sie nicht kaufen oder verkaufen können. Heutzutage haben sich viele Menschen in der westlichen Welt freiwillig Mikrochips in ihre Körper einsetzen lassen. Diese Chips enthalten ihre medizinischen, finanziellen oder andere Daten und sind überall auf der Welt aufzuspüren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Tragen eines Mikrochips freiwillig und wir können auch ohne ihn etwas kaufen und verkaufen. Aber in der nahen Zukunft planen die internationalen Bankiers der Geheimgesellschaften, ihre weltweite bargeldlose Gesellschaft zu verwirklichen. Noch vor einigen Jahren haben die Leute über eine solche Vorstellung gespottet. Nun ist sie alltäglich. Tausende sind bereits gechippt und Gesetze wurden schrittweise verabschiedet, um Haustiere, Gefängnisinsatzen und Alzheimer-Patienten chippen zu lassen. Mikrochips und Tätowierungen sind tatsächlich die letzte Stufe bei dem Plan des Tieres. Viele weitere Stufen zu diesem finanziellen Überwachungsnetz wurden bereits unternommen und tragen das Zeichen 666. Beispielsweise der auf jedem Produkt im Handel zu findende Strichcode. Dazu ein Zitat von Robert van Kampen aus Das Zeichen. Zitat Ende Dazu Bob Fraley aus Die letzten Tage in Amerika. Zitat Zitat Ende Jede Gruppe von Strichen im Strichcode steht für eine Zahl von 1 bis 9, sodass beispielsweise eine schmale Linie neben einer Breiten 1 bedeuten kann, eine mittelgroße Linie neben einer Breiten eine 2 und so weiter. Der Code für 6 ist zwei schmale Linien nebeneinander. Jeder Strichcode hat am Anfang, in der Mitte und am Ende drei Sätze an schmalen, parallelen Linien, die ein wenig länger als die anderen sind. Diese speziellen Linien dienen als Lücke, weil sie Sperren sind. Da sie jedoch zwei schmale Linien sind, verschlüsseln sie die Strichcodezahl 6 dreimal. Bitte beachte auch, dass stets 13 Ziffern bei dem Strichcode stehen. In dem britischen Film von 1993, genannt Nackt, wird folgendes gesagt. Was ist das Mal? Nun, das Mal ist der Strichcode. Der allgegenwärtige Strichcode, den du auf jeder Rolle Klopapier, jeder Tiefkühlpizza und jedem Fertigkuchen finden wirst. Und jeder Strichcode ist unterteilt in zwei Abschnitte je drei Markierungen und diese drei Markierungen stellen immer die Zahl 6 dar. 666 Nun, was sagt dies aus? Niemand soll etwas ohne dieses Mal kaufen oder verkaufen. Und was beabsichtigen sie zu tun, um jeden möglichen Kreditkartenbetrug zu beseitigen und um die vollständig bargeldlose Gesellschaft herbeizuführen? Was sie nun beabsichtigen, was sie bereits an amerikanischen Soldaten getestet haben, ist, dieses Mal subkutan mit einem Lasertattoo auf die rechte Hand anzubringen oder auf die Stirn. Zitat Ende Der Buchcode Nummer 666 der Abgabenverordnung verlangt von jedem, ein Kennzeichen der Sozialversicherung zu haben. Zum Glück sind Verordnungen keine Gesetze. 666 das Tier gleich 3 mal 6 gleich 18 wie der 18-stellige Sendungscode, der im dreistöckigen Supercomputer Biest, übersetzt Tier, in Brüssel gespeichert ist. 1974 führte der Chefanalytiker der EU-Binnenmärkte Dr. Hanik Eldemann Biest das Tier ein. Dazu Dwight Kinman aus Der letzte Diktator der Welt. Jedem Menschen auf der Welt wurde eine 18-stellige Nummer zugewiesen, die aus drei Abschnitten je sechs Zahlen besteht. Die ersten drei Ziffern, welche jedem vom Biest-Computer zugewiesen wurden, sind 666. Die nächste ist ein Ländercode. Der Ländercode der USA ist 110. Die anschließenden drei Ziffern sind der Code der Telefonvorwahl und dann letztlich die neunstellige Sozialversicherungsnummer. Der Code ist also die 666 plus Ländercode plus Vorwahl plus Sozialversicherungsnummer ist gleich der Biest-Personalausweis für eine Person. Zitat Ende. Jetzt etwas aus freimaurerisch-okkulte Numerologie von Duke. Die Visa-Karte ist ebenfalls interessant. Wenn man die Buchstaben Visa analysiert, wird man drei ehemalige Weltreiche dargestellt sehen. VI ist die Zahl 6 in römischen Ziffern, S ist das Stigma der griechischen Kultur, dessen Wert 6 ist, und zuletzt das A in der babylonischen Kultur 6. Das heißt Visa ist gleich 666. Zitat Ende. Vicarius Philii Dei ist der offizielle Titel des Papstes. Übersetzt bedeutet diese lateinische Bezeichnung der Stellvertreter des Sohnes von Gott. Und bei der Verwendung der römischen Numerologie ergibt sich 666. In der hebräischen Gematrie ist der Name George Bush gleich 666. G ist gleich 3, E ist gleich 5, O ist gleich 70, R ist gleich 200, G ist gleich 3, E ist gleich 5, B ist gleich 2, U gleich 70, S gleich 300, H gleich 8. Macht insgesamt 666. Erstaunlicherweise ergibt George Bush 6 in der Numerologie von Pythagoras, der Chaldea und dem Computerprogramm ASCII der US-Regierung. In der numerischen Computersprache American Standard fangen die Werte mit A gleich 65 bis Z gleich 90 an. Dies bedeutet, dass der Buchstabe W 87 entspricht. Numerologisch muss 87 zu einer einzelnen Ziffer gebrochen werden, also 8 plus 7 gleich 15 und 1 plus 5 gleich 6. Daher ist bei der American Standard Computersprache World Wide Web www gleich 666. Jedes Mal, wenn man eine Netzadresse eingibt, dabei die US-Tastaturbelegung verwendet, ist es der Saturn-Satan-Ringfinger, welches die 666 drückt. Das Motto der amerikanischen Pfadfinder endet mit Everything is A-OK, ungefähr Alles ist super in Ordnung, wobei sie mit ihrer rechten Hand das OK-Zeichen an ihrer Stirn machen. Wenn man genau hinschaut, bilden dabei Daumen und Zeigefinger einen Kreis und die anderen Finger der Hand symbolisieren drei Sechsen. So ist das OK-666 und das Anbringen an deiner Stirn entspricht der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 16. 2 geteilt durch 3 ergibt 0,666. 666 geteilt durch 212 Grad Fahrenheit, dem Siedepunkt von Wasser, gleicht der Pi-Zahl 3,1415. Beschluss 666 ist ein verfassungswidriger Angriff auf den zweiten und vierten Zusatzartikel, welche das Tragen von Waffen und den Schutz vor staatlichem Eingriff garantieren, unter dem Schlagwort der Verbrechensbekämpfung. Der US Highway 666 führt nach Dulce, New Mexico, wo sich eine riesige unterirdische militärische Anlage befindet. Personal, Soldaten und Zivilisten haben unglaubliche Geschichten über Dulce zu erzählen. Alle Euromünzen der EU-Währung haben sechs Sterne mit sechs Balken und dann sechs weitere Sterne, ist gleich 666. Offiziell gibt es 660 Räume im Schloss der Windsors. Diese moralischen Stützen der Gesellschaft würden doch keine sechs Räume vor uns verbergen, oder? Die angebliche Verbraucherschutzorganisation Better Business Bureau ist abgekürzt BBB, was wie 666 ausschaut. Und ihr Symbol ist die Illuminati-Fackel, oder Flamme. BBB ist numerologisch 222. Die Worte Wahrheit und Weisheit findet man in der King James Version der Bibel genau in 222 Versen. Das 222. Wort des Neuen Testaments ist Alexandria. Alexandria ist in der Konkordanz der King James Version von Strong die Nummer 222. Alexandria in Ägypten befindet sich 222 Meilen hin und Rückreise von den großen Pyramiden. In Alexandria, Virginia, bei Washington DC ist das freimaurerische George Washington Gebäude 333 Fuß hoch. Der Geburtstag von Washington wurde vom 11.02. auf den 22. geändert, was 222 darstellt. George Washingtons Logennummer in der Alexandria-Loge war 22. Der Obelisk des Washington Monument in der US-Hauptstadt ist 555 Fuß hoch, mit einem 111 Fuß hohen Fundament darunter. Also 555 plus 111 ist gleich 666. Das Wort Christus wird 555 mal im Neuen Testament verwendet, der angebliche Unterschied der Temperatur des Mondes ist 555 Grad Fahrenheit und die angebliche Fläche des Mars beträgt 55.555.000 Quadratmeilen. Die Numerologie des Pythagoras geht nur bis 9 und beginnt dann wieder mit 1, was 2 oder 3 Buchstaben je Ziffer ergibt. Wenn man die Numerologie von Pythagoras verwendet, verschlüsselt das Wort Fox wie Robert Murdochs Fox News tatsächlich 666. Ebenso Rockefellers Exxon-Konzern, die Xbox und Filme wie XXX und die X-Men-Trilogie. Wenn etwas XXX ist, wie Gift oder Pornografie, dann ist es 666. Wenn du das Kürzel XOXOXO in der Internetsprache verwendest für Küsse und Umarmungen, dann bedeutet es auch 666-666. Bei der Beendigung von jedem Spiel von Tic-Tac-Toe ergeben die mit X und O ausgefüllten 3x3 Kästchen tatsächlich in jeder Richtung 666. Tex Mars schrieb in Codex Magica, Billigmarken werden im Englischen Brand X genannt und es gibt ein Gefangenenlager für angebliche Terroristen, Camp X-Ray, auf der amerikanischen Militärbasis von Guantanamo auf Kuba. Die Jugend heutzutage wird die Generation X genannt und viele Leute sind über einen angeblichen Planeten oder Stern mit dem Namen Planet X besorgt, welcher angeblich auf die Erde zurast, der okkulte Bedeutung hat. Interessant ist auch das im Englischen verwendete Kürzel Xmas, um Christmas, also Weihnachten, zu ersetzen und die Tatsache, dass in Blacks Wörterbuch des Gesetzes ausgesagt wird, dass das Zeichen X manchmal gemacht wird, um eine Unterschrift auf gesetzlichen Schriftstücken zu ersetzen. Und X wird stark bei mysteriösen Sachen verwendet. Es gibt die Redewendung im Englischen Cross my heart, kreuze mein Herz, sinngemäß Hand aufs Herz. Im griechischen Alphabet wird der Buchstabe G mit dem Symbol X gekennzeichnet und die numerologische Bezeichnung 600 gegeben. Die Numerologen sagen dann, dass 3 mal X die Zahl 666 ergeben würde. Schwarzen Führer sehen anscheinend das X als einen Ersatznamen von großer spiritueller Bedeutung. Zwei bekannte Black-Muslim-Führer gaben sich den Namen Malcolm X und Louis X. Der letztere, mit Geburtsnamen Louis Eugene Walcott, änderte nach seinem Übertritt zum Islam und seinen Eintritt in die Black-Muslim-Organisation von Elia Mohamed, seinen Namen zu Louis X. Heutzutage ist er als Louis Farrakhan bekannt. Es ist ebenso bekannt, dass Farrakhan Prince Hall Freimaurer 33. Grades ist. Zitat Ende Die Generation X spielt ihr Xbox-Spiel namens X-Men über Leute, die aufgrund von Röntgenstrahlung, englisch X-Ray, mutierten. Währenddessen teilen uns die Akte X-Serie, die Planet X Comics und Mr. X vom Project Camelot, dem Aufstandsbekämpfungsprogramm des US-Militärs, mit, dass wir von Aliens heimgesucht werden. Die Bezeichnung Brand X bedeutet allgemein und entbehrlich. Es gab nie eine Generation W. Also warum sind wir dann Generation X? X markiert die Stelle. X marks the spot. Könnte es sein, dass wir für etwas markiert sind? Nochmal Tex Mars aus Codex Magica. Der Buchstabe oder das Zeichen X hat bei der Verwendung in den geheimen antiken Religionen eine lange Geschichte, beim nichtreligiösen Judentum, bei der Freimaurerei und beim Okkultismus. Die Elite der Illuminati verwendet es noch heutzutage, um wichtige Phänomene zu symbolisieren und bedeutende Ereignisse zu kennzeichnen. Der mysteriöse Buchstabe X scheint ein weites und vielfältiges Feld zu haben, mit oder ohne der geheimen Hilfe der Förderung der Eliten. Zitat Ende Die Bedeutungen von 666 sind zahlreich und vielfältig. 6 mal 6 ist gleich 36. Und wenn man sie zusammenzählt, ergibt jede Zahl von 1 bis 36, also 1 plus 2 plus 3 bis zur 36, gleich 666. Die Schöpfung dauerte 6 Tage. Der Mensch und die Schlange wurden am 6. Tag erschaffen. Der Mensch arbeitet nur 6 Tage und 6 Menschen haben in der Bibel anderen Namen. Ada, Isch, Enosch, Gefer, Anthropos und Anah. 6 mal 6 mal 600 ist gleich 21.600, was angeblich der Erdumfang an Seemeilen beträgt. Platon sagte auf Kreta, dass 6 in Atlantis eine heilige Zahl war und die weibliche, intuitive, empfängliche Mondkraft darstellte. Die dreifache Erwähnung irgendeiner Zahl stellt in der Numerologie die höchste Steigerung dar, also bedeutet 666 die stärkste weibliche lunare Energie. Wenn Jesus Christus, die Sonne oder der Sohn, 555 ist, dann wäre der Teufel, der Mond, die Tochter 666. Auch beträgt 6 mal 6 mal 60 gleich 2160 die genaue Anzahl an Jahren, um ein Tierkreiszeichen der Präzision der Tag- und Nachtgleichen zu durchlaufen. Dieser 25.920-Jahr-360-Grad-Zyklus, Platons großes Jahr, ist der lange Verlauf durch die zwölf Tierkreiszeichen. Die Sternbilder bewegen sich alle 72 Jahre ein Grad, also braucht jedes Zeichen von 30 Graden 2160 Jahre, um vorbeizuziehen. Dieses von antiken Menschen verstandene Wissen ist vollständig in der Bibel enthalten, wurde jedoch von den Priestern und von den Päpsten vertuscht und verborgen. Die Sternbilder bewegen sich also bei den Runding um eine bestimmte Leitung, die ZW3-H4-H4-H4-H4, um über die ZW3-H4-H5-H4-H4-H4-H5-H5-H4-H4-H4-H4-H4-H4-H4-H4.